ach so wir haben gar nicht gefragt was für ein killer gut ist wenn sie schon sagt sie hat da nicht so die erfahrung mit einer hat kein perk reingemacht ich habe eine opfergabe jedoch also ich hab's drinnen deswegen sag ich ja wenn du jetzt sagst einer hat es nicht reingemacht dann wird sie wahrscheinlich also es fehlten drei auf jeden fall es war ein fehlter 1 nein ihr drei habt einen reingemacht ich auch eigentlich aber der wurde nicht angezeigt ach so ja gut okay das könnte ich sagen ach ja da steht auch geheim bei glaub ich ja das zeigt er den jan ne ach du ich folge dir so habe ich eine größere chance zu überleben ich habe komplett falschen pack dafür scheiße ja ich bin der generator aufspürer wo geht er schnell mit der hat aber auch diesen kleinen drin scheiße habt ihr jetzt er uns für die dinge ja welche dinge ich höre sie schon für die alle rechte kassen ach so ja ja das habe ich eine ganze zeit jetzt von also nachdem das gesagt hat das habe ich das ist erst mal eingetragen deswegen dauert das bei mir auch immer kurz bis ich dann alles hat er hat mich am arsch also zumindest beim killer nicht ach nee ich bin ja eigentlich gestorben klar sie hat mich am arsch keiner ist durch wo bist du hin das ist die jägerin die mit den äxten die ist weg kann es kommen doch nicht jetzt ist soweit genug weg ja ich höre sie noch ich habe eine taschenlampe zur not guckst du hinter mich weil da sehe ich nichts da ist auch keiner von euch drinnen ne die ist beim las irgendwo ne warum ich habe mich voll geheilt ach so es ist aber irgendwo hier aber irgendwie schreien irgendjemand höre ich schreien ich höre sie wieder ne nein aua ich hatte das getroffen doch scheiße lenkt sie ab ich bin hier am machen nein scheiße oder drück ich auf die falsche taste ich glaube es nicht ja der ist jetzt schon ach fuck ich war im falschen habe ich den finger auf die untere taste gelegt die stadt oben ich bin so bescheuert komm mal ein bisschen 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 komm komm ist durch ach wieso hat es nicht funktioniert nochmal hin ich habe es raus gemacht scheiße ich gehe mal raus äh oder auch nicht ich kenne die map hier nicht ist schon wieder sind wir hier nur drin oder wie kommen wir ja gar nicht raus ich habe ein totem gefunden aber ein normales ist ich habe dich so grob im visier mach mal genau ich bin fast hier ja ja ah scheiße jetzt hängen mich rein ich habe mir geführt aah toll Kann ich gut. Oh, oh, oh. Ich finde ja auch keinen Generator, ne? Also ich bin bei einem dran noch. Wir brauchen noch zwei Stück. Für einen? Da bist du, da bist du, ja komm schon, ich bin das. Hier. Was wirst du? Ja, mach, jetzt ist es fast fertig. Die ist aber irgendwie hier in der Nähe, musst du aufpassen. Ja, ja. Nils ist befreit. Ja, komm, 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 ja. Ist durch. Ich bin an einem Ausgang schon. Also macht ihr noch einen? Wo ist denn der Ausgang? Ich finde hier... Ihr seht ja gleich, wenn alles fertig ist. Oder ist es dieses Immersion-Suite-Ding? Ah, hier ist es sogar. Oh. Na geil. Nein! Oh, wieso habt ihr mich gesehen? Ach, der Ausgang ist frei, ja geil. Ja? Ja. Ja, und ich stehe hier am Ausgang, weil ich gedacht habe... Ne? Mein Ausgang ist offen. Mann, warum... Nicht hin, komm zu mir! Oh nein, warum kommst du hier rein? Oh, hier ist kein... Oh, hier ist kein... Oh, hier ist nicht wahr! Wolltest du das im Ausgang? Ja, hier ist... Scheiße. Das ist uns beide, das ist geil. Ja, super. Ja, super. Ja, super ey. Wie seid ihr? Ich seh euch nicht, ach da. Ja, komm. Ja, komm. Ich wollte gerade den Ausgang in Ruhe. Ich wollte gerade den Ausgang in Ruhe. Okay, ist bei euch einer in der Nähe? Ja, die ist da! Die ist da! Ja, direkt da, wo sie steht jetzt. Sie läuft zwischen uns... Jetzt geht sie wieder rein. Glaube ich. Ich kann nicht... Ne, jetzt rennt sie immer noch hier rum. Ja, die wartet jetzt hier, weil hier kommen alle hin sonst, wenn sie noch was retten wollen. Ist doch logisch. Ja, geht zum anderen Ausgang. Geht raus. Raus. Also ich bin zwar voll erholt, aber... Jetzt kommst du zu euch. Ich weiß nicht, wer da ist. Ne, das ist die Meck, glaube ich. Jetzt kommst du wieder nach hier. Ja, die wartet jetzt wirklich im Ernst. Ja, die rennt immer rum hier hin und her. Ist doch scheiße. Ja, das ist gelaufen. Ja, die Meck ist jetzt gleich tot. Sie versucht uns doch zu holen. Ich hab gerade angefangen, sie aufzumachen. Da kommt... Ich bin auch hier. Ja, ich hab gedacht, ich bin auf der anderen Seite. Wo ist denn die Meck? Dann hab ich dich gesehen und hab gedacht, scheiße, jetzt kann ich hier nicht mehr drehen. Wo ist die Meck? Wo ist die Meck? Die ist direkt bei mir in die Ecke, glaube ich. Ja. Oh, die hat sie jetzt. Ja, die hat sie. Aber sie lockt sie gerade von uns weg. Nimm ihn runter. Nimm ihn runter. Nimm ihn runter. Ich komm zu meinen... Ach so. Rennen! Rennen! Oh, ey. Wo, wo... Hier, hier, hier. Wo rennt einer von euch hin? Ja, hier. Einfach geradeaus weiter. Geradeaus einfach nur und dann links gleich. Wenn es da steht. Und dann heilen wir uns aber erst noch nicht raus. Vielleicht ist die andere noch da. Also... Ach hier. Okay, gut. Ich muss jemanden heilen. Hör doch mal auf. Ja. Ja gut, dann mach. Nein. Kann ich nicht heilen. Ja, ich bin noch nicht... Dann heilt Silke. Ja. Ich mach's doch schon. Aua! Silke. Ja, ich war so schön am heilen gerade. Ja, ihr musst... Ja, nee, ich kann nicht... Bleib doch mal... Bleib doch mal... Bleib doch mal einfach stehen. Nein. Nee, nee, ich... Das ist okay. Ich weiß nicht, ob das überhaupt zielt, oder? Nur bis hier. Nicht weiter. Ach Mist, ich bin rausgeladen. Nee. Jetzt kämmt sie hier vor. Aber ich hoffe, dass die andere jetzt den Ausgang aufmacht. Ich guck mal gerade. Du bist da. Ja, die andere ist ja am Ausgang. Ist raus, ist raus, ist raus. Ist raus? Ja, ja. Sicher? Ich zeig dir, hier wird noch nichts an. Schreib mir auch... Die bleibt da stehen. Nee, lass uns rausrennen. Dann sieht die, dass wir raus sind. Komm. Warum bleibt die da stehen? Ja, weil die auf uns wartet. Deswegen soll Nils raus. Wenn die sieht, dass wir raus sind... Ja, sie geht raus, sie geht raus. Ich hab dir geschrieben.